so und ich laufe natürlich gefahrvoll automatische fracht schienen vollautomatik hier na wieso hängt denn der jetzt hier drin schon kann ich nicht da raus doch so geht jetzt da lang ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich gehe erst mal hier hinten in die tür rein die ist nämlich geöffnet ja 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 und so eine leiche darunter gefallen ich glaube ich spinn hier der kennt sich aus hat noch keins abgeschossen aber weiß es natürlich wenn sie gegnern gliedmaßen abtrennen sparen sie munition und bewirken mehr schaden trennen sie gliedmaßen ab und gegner schneller zu töten zu stückeln sie gegner um sie zu verlangsamen ok wo ist da der unterschied zwischen gliedmaßen abtrennen und gegner zu stückeln ist doch das gleiche oder mich ist das gleiche okay dass natürlich kaputt ist ich glaube hier ging es auch nicht weiter oder ich gehe erst mal wieder noch da hinten hin da war nämlich noch ein anderer anderer schacht ich glaube nämlich wenn ich mich richtig erinnert ging es da unten schon weiter und ich will erstmal erstmal da gucken da war schon wieder so ein fisch plasma energie sechs stück kann man natürlich nicht genug haben nochmal plasma energie du elendiges ist das fisch aufgestanden ich glaube mich trifft ein schlag medipack mittel können wir gebrauchen da liegen auch noch mal 1200 credits ja nochmal speichern die credits sammeln wir auf 1200 ist ja nicht gerade wenig wie ist denn das wenn wir zum beispiel hier y drücken nee dann geht das spiel weiter nicht wahr ähm können wir zum beispiel jetzt hier medipacks medipack mittel klein können wir die jetzt zuweisen nee zuweisen können wir nur oder auswählen benutzen entfernen benutzen will ich jetzt nicht ich dachte ich kann das zuweisen hier äh der wie zum beispiel den schnelltasten schade was haben wir da audio lock hier spricht benson von der monorail technik wir haben was rausgefunden smith hat einen umgelegt es hat keinen zweck auf ihren körper zu schießen ihr müsst die gliedmaßen abschneiden schnappt euch einen cutter oder sowas und dann zerlegt sie cutter haben wir mein freund cutter haben wir und ich glaube hier ging es nicht weiter boah hängen wir nicht so am fuß rum du elendiges schlappelviech ein fleisch spatzen was haben wir da hinten liegen auch nochmal 1000 credits natürlich vom vorteil boah ich will hier nichts wie ich was was das klang gerade wie sonst was ich habe schon wieder schiss man was haben wir da 1000 credits drin liegen oh hier stase modul aha ziel modus lt schießen lt und x stase packs die tür scheint nicht zu funktionieren ein weg versuch mal das stase modul das du gerade aufgehoben hast okay das stase modul alles klar hier haben wir eine stase station aber wir sind voll anscheinend ist das jetzt eine waffe oder was lt lt und x achso x so da können wir durch sehr schön gehen wir mal weiter hier stase ist natürlich super um gegner zu verlangsamen was haben wir hier stase pack okay ja das diese diese runde anzeige auf dem rücken müsste die stase die stase anzeige sein okay speicher station ist schon mal wieder super das heißt hier speichere ich erst mal zwischen wieder überschreiben natürlich doch immer überschreiben bitte ach nee plasma energie 6 ach nee jetzt wird es hier natürlich auch noch dunkel wie ein bärenarsch ich glaube das ist dann für später gedacht wo ging es jetzt lang da lang oder da lang gehen wir mal hier rechts lang in die toiletten rein in die toiletten rein was stehen da no fear no good no fear no god was no god no fear kein gott ja das glaube ich dass hier hier dass hier hier niemand mehr an gott glaubt das das ist klar ich glaube hier würde ich auch nicht mehr an gott glauben wenn ich da drin gefangen wäre was haben wir hier plasma energie 6 plasma energie 6 okay dann marschieren wir mal hier wieder raus und gehen mal hier hin die tür ist verschlossen aber 3000 credits liegen immerhin auch hier rum und dann bin ich gespannt wo es hier lang geht das ist ja jetzt die einzigste tür hier die geöffnet ist wow okay hier haben wir greifarme dein Stase-Modul sollte dir bei dem Arm-Mechanismus helfen setzen sie Stase ein um Objekte zu verlangsamen von hier an oder was Kralle gelöst achso wir müssen da oben wahrscheinlich erstmal rumhantieren was ist das hier können wir aufladen zack vollgemacht die Rille oh gott die stehen doch nicht wieder auf oder ich hoffe es nicht was haben wir da zwei boah boah hau 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 wow schnell nachladen plasma energie holy moly du audio wir haben ihn 20 pro geschafft aber jetzt ist der verlade hinüber ich brauche hier unten sofort ein stase modul wenn wir das scheiß ding nicht von den schienen kriegen wird es das ganze system lahmlegen okay ich glaube wir müssen hier diese uns hierhin stellen und die dinger rausfahren oder Moment Kralle gelöst ne bis jetzt hat es noch nichts gebracht kann ich hier nochmal aufladen ja aufladen kann man immer anscheinend Haltekralle manuell anbringen um Reparaturen zu beginnen och doch ok und wie funktioniert das jetzt genau so zielen und jetzt ich weiß nicht wie das geht zielen ne wow hab ich nen Schuss vergeudet wie funktioniert denn das wie zum geier funktioniert das wie funktioniert das richtig ist die Frage was ist das oh Handy vibriert Energieknoten haben wir zumindest mal unseren ersten Energieknoten so oder müssen wir das von oben machen ne ich bezweifle es oder so kaltekrallen manuell anbringen um Reparaturen zu beginnen halt die müssen wir doch irgendwo da anbringen aber ich verstehe noch nicht wie das funktioniert die bringe ich in Stase und dann ne so nicht ne hm die muss man doch da rüber schießen oder irgendwie ich dachte man kann in Stase etwas halten hab ich das gerade hä hab ich das gerade hab ich das gerade gelöst ach jetzt ach ach so ach so ich verstehe jetzt verstehe ich Stase gerade lösen und dann schnell auf die andere Seite so ach das fährt dann zurück ne jetzt müsste es zurückfahren oder bleibt die ich glaub die bleibt Moment dann machen wir nochmal die an boah was wo hau ab du boah ich glaub's ja nicht da nochmal die da ich tu die mal vorsichtshalber in Stase versetzen und aktiviert die mal so nein ach die fährt wieder zurück warum denn bleib doch dran du Mistteil schnell so schnell und jetzt hier jawohl defekter Monorail Waggon wird ersetzt bitte warten boah hat das auf du hast es geschafft die Monorail hat das gesamte System blockiert wenn du den Computer wieder online hast kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen je schneller desto besser ich höre da draußen was rumgriechen ja ich auch boah kommt so ein Fettwarns an Waggonersetzung abgeschlossen okay 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 entschuldigt bitte falls ich manchmal etwas ruhiger bin aber ich konzentriere mich natürlich auch darauf hier die Viecher alle zu hören und nicht allzu sehr zu erschrecken was kommt denn da oben hau ab ii jetzt war das Viech weg pfui Deivel wo ist denn das hin lieber nochmal die Speicherstation benutzen einmal mehr ist besser wie einmal zu wenig so Monorail haben wir ersetzt ich glaube dahin müssen wir als nächstes nicht oh Gott wo geht denn das jetzt hin ich glaube hier ne hier ist überall verschlossen das heißt wir können gar nicht da lang wir müssen wieder da raus und zwar hier hinaus oder wenn ich mich richtig recht entsinne ne ich glaube dahin ist Quatsch zurück zu gehen aber ist doch überall verschlossen Monorail ersetzt das ist verschlossen da geht es nicht durch und da hinten geht es auch nicht durch ok dann müssen wir wohl zurück erstmal dann geht es doch zurück ei 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 ja lass uns da raus hier kommen jetzt keine Viecher angewackelt oder ich hoffe es doch nicht Wow 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 Wow, auch mehr ab du War es lebt, immer noch Jetzt nicht mehr Heiliger Bim Bam hier du Das gibt's doch nicht Stase lade ich mal auf Ich würde sagen ich benutze auch mal ein kleines Medi Pack Ein kleines zumindest Auswählen Schwupps Was? Ach Plasma Energie hat der verloren Sechs Stück gleich mal ganz nützlich Der hoffe ich doch auch Okay Andere Tür wahrscheinlich Wartungssektor Wo ist denn der? Ich habe mich ins Sicherheitssystem Es hat etwas gedauert Aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen Die Platine sollte irgendwo da drin sein Okay schön Dass du dich da so rührend drum kümmerst Ich nehme an hier ist jetzt der Wartungsding oder? Hier war doch vorne eine Tür die verschlossen war Naja Wartungssektor ist hier Das ist super Dann speichere ich hier doch nochmal zwischen Ich bin ein Schisser was Speichern angeht Also lieber auf Nummer sicher sein So jawoll Zack gespeichert Und dann geht es hier in den Wartungssektor rein Natürlich ein arsch dunkler Aufzug Schon klar Naja Aufgabe inaktiv Sieht auch nicht gerade gut aus Boah was ist denn da hinten? Boah da kommen ja Haufen an Der ist tot Schnell nachlasen Der ist auch tot Haben sie noch was angeflungert? Ich hoffe nicht So Plasma Energie 6 Der hat auch was verloren Plasma Energie Und da sind die